. Tja, gefällt mir doch. Oh, das ist stark. Besser als vorher, besser als vorher. Er lässt sich am Anruf an einem versteckten Kameraden stehen. Bei der Vorstellung wird er sich als Ausdauersportler aussehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von Bollinger-Tidning Von Bollinger-Tidning. Ich habe eine Frage. Was macht dich am meisten? Was macht dich am meisten? Meine Möglichkeit mich dazu zu lernen. Meine Möglichkeit etwas zu bewirken. Mich nützlich zu machen. Und sogar Veränderungen zu erreichen. Insofern auch Verbesserungen, Veränderungen. Nicht nur im Bewusstsein, auch vor Ort zu erreichen. Dazu kommt, ich war ein sehr schlechter Schüler in abstrakten Fächern. Ich muss es selbst sinnlich erfahren. Dann bin ich lernfähig. Sonst bin ich eher meditativ, verträumt und versöhnlich und eher harmoniesüchtig. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Ich bin es, wie ich mir von mir Ich bin es.